Ken's Dating-Tipps für die Singles von heute. Tipp Nummer 24. Bleib dir immer treu. Der erste Eindruck ist ausschlaggebend. Bring deine Stärken zur Geltung. Starkes Auto. Starke Figur. Starkes Haar. Stark. Weißt du, du musst dich selbst lieben, bevor dich jemand anders lieben kann. Ich liebe mich und die Ladies laufen mir nach. Dieser Dating-Tipp wurde präsentiert vom neuen Disney-Pixar-Film Toy Story 3. Und? Wer ist scharf auf Ken's Traumtour? Bleib dran, es lohnt sich.